Liebe YouTube-Freunde, was macht da der Bauer aus? Endlich wieder mal Regen. Heute Samstag, 1. August, morgens um sieben auf dem Blumenwelt und es regnet leicht. Das ist richtig schön. Sonnenblumen, frisch gesäht. Hier, mein Getreide fällt auf dem Blumenwelt. Hier, auf Bauerhauses Feld, Spiedli mit 10 Stundenkilometer. Da fährt der Bauerhauses lieber auf die deutsche Autobahn. Da geht es schneller.